Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Well and Wakes American Nightmare. Ja, okay. Ja, und jetzt kommen schon härtere Gegner. Den nehm ich mal an. Und die Dinger muss ich auch aktivieren, okay? Ja, komm doch her. Komischer, verrückter Nigger. Und zack, hier wird er vernichtet. Ey, was willst du, hä? Na, komm doch her. Schön gemacht. Mal gerade nachladen hier. Oh, wir haben ja gar nicht mehr so viel Munition. Okay, dann nehm ich erstmal wieder hier meine schöne Uzi. Ja, jetzt kommen aber ganz schön viele dunkle Gegner. Ey. Hat er gerade seinen eigenen Mann getötet mit Dunkelheit? Das kann aber nicht angehen. Das fällt dir eigentlich ein. Wie kannst du deine eigenen Männer töten? Müsst du denn des Wahnsinns? Mensch, Mensch, Mensch. Ist doch nicht wahr hier. Ach, wo steht denn jetzt ihr Auto denn? Ach, jetzt steht es plötzlich hier vorne. Letztes Mal war es noch woanders. Okay, benutzen wir das und holen mal ihre Kamera raus. Zum Teleskop zurückkehren. Aber die komischen Schalter sind doch gar nicht aktiviert. Okay. Egal. Wir waren noch niemals beim Teleporter und dann wollen wir auch noch zurückkehren. Jetzt kommen noch so hässliche Vögel. Ach, hier ist plötzlich ein Stein im Weg. Genau. Genau. Was willst du denn, ne? Mal schwinde mal hier. Ich gehe ins Licht. Ich habe keine Angst vor euch. Ja, wie gesagt, das hier wird die letzte Aufnahme-Session sein. Dann müssen wir das Spiel durchhaben. Ich habe einmal in die Komplettlösung geguckt, um zu sehen, wie lange das Spiel denn noch so dauert. Und habe da so gemerkt, ja, das dauert ja gar nicht mehr so lang. Hätten wir das letzte Mal auch gleich durchspielen können. Aber naja, egal. Dann machen wir das jetzt, ne? Ey, was willst du, hä? Meinst du, irgendwelche Mucken zu machen, oder was? Äh, hä? Was willst du? Ich weich mal deinen komischen Aerobic-Attacken mal aus hier. Äh! Aua, bist du des Wahnsinns? Na, hast du den Ausweich-Skill gesehen? Du Kack-Noob. Lass mich rein. Sehr gut. Vielen Dank. Ach, hier, wieder ein Fernsehen. Da wollen wir mal reingucken. Hm, nette Waffen. Hm, nette Waffen. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist-deep in somebody. The blades stiffen up so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is going to do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Ah, yeah. Er ist wirklich ein wenig behindert im Kopf, der Mr. Scratch. Aber okay. You have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. Hi, all right. Let's get in the store. Okay, bauen wir es ein. Und jetzt passiert bestimmt der Real Shit. Oh mein Gott. Okay, wir bauen es ein. Schon wieder. Don't start it up yet. The problem with the cooling system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary crewman on that side. If you can secure it, you should be ready to pick up the signal. That is why you're clear, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Oh, Ingo. If you have the time, I'd appreciate it if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Die Premiere Rohre sicher. Okay, dann wollen wir das doch mal machen. Dann laufen wir jetzt mal hier runter. Bom, 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 bom. Ich denke, das sollte trotzdem gehen. Ja, siehste. Können wir einfach runterspringen. Und diese Dinger sollen kaputt gehen. Okay, scheint so, als würden die das machen. Hey, hört auf mich bloß zu bewerfen mit irgendwelcher Scheiße. Aua, aber seid ihr behindert im Kopf. Oh, den großen Futsi, den will ich jetzt mal vernichten. Was willst du denn? Ah, da auf in meine Bildfläche zu laufen. Na. Was willst du? Ja, siehste. Alle easygoing besiegt. Jetzt macht auch die Munitionsdinge ins da Sinn. Für die hat ja gar keinen Sinn gemacht. Okay, dann. Okay, dann machen wir das mal. Okay, scheint so, als möchten die Dinger uns irgendwie... Sachen in den Weg legen. Vielleicht so fliegende Autos. Nicht schlecht. Okay. Ja, das sieht nicht so gesund aus. Oh, fuck. Aua. Okay, das hat doch ziemlich weh. Lassen sie mich hier hoch. Ah. Ja, geh halt kaputt. Scheiße. Jetzt kommen hier auch noch komische Gegner. Sehr gut. So, die waren ultra kompliziert und schwer. Ich merke das schon. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, ja, genau. Ah, ja, genau. Geh mal sterben. So. Erst mal die kleinen Fuzzis und dann der große Fuzzis. Ah, willst du dich mit mir anlegen. Ah, willst du dich etwa mit mir anlegen? Kein Problem, ich mach dich kaputt. Ah, das läuft doch alles relativ gut, hm? Hier haben wir noch eine Manuskriptseite. Das können wir auch noch nicht machen. Wir haben jetzt 19. Okay, ich laufe schnell zu dir. Mach schnell auf. Vielen Dank. Jetzt lesen wir erstmal mal die Manuskripte durch. Neue Realität. Okay, was ist das andere? Die Natur von Geschichten. Ja, das stimmt schon. Haben wir denn noch eins? Ja, oder die Besessenen. Nein, oderney, oder auch jemand. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The taking, Mr. S**t throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me, but I've survived worse. I can't let them stop me. Okay. Okay. Was zur Hölle war das? Ja, sieht aus, als hätten wir hier ein Problem, wenn jetzt hier gleich... Ja, ich komme. Zu der sexy Wissenschaftlerin. Da gehen wir erst mal gleich hoch. Okay. Mal sehen, was uns jetzt erwarten wird. Jetzt wird sie ja wahrscheinlich die Nachricht erhalten haben und gucken, was uns hier erwartet, ob wir Mr. Scratch jetzt wirklich aufhalten können. Über was denken Sie gerade nach? Sonst noch etwas? Die Realität ist viel mehr fluide als die Leute denken. Es kann sich beeinflusst. Ich habe dich nicht für ein Mystiker. Ich bin nicht. Ich bin ein Schwerter. Und unter bestimmten Konditionen, ich kann, für eine bessere Worte, re-Write die Realität, ändern Dinge. Das ist absurd. Aber es funktioniert. Sie wissen, dass ich das glaube? Warum nicht einfach, ich weiß nicht, schreiben Sie ein paar Superpowers? Es ist nicht ganz einfach so einfach. Du musst folgen bestimmte Lawen von Drama, ich denke. Du musst nachdenken über die Konsistenz und Symbolismus denken. Oftmals, was du schreiben, ist nicht so wichtig als was du sagen. Es gibt Dinge, die aus dem Weg nehmen werden, die von deinen Fehler nehmen werden. Du wirklich glaubst in das? Du hast mich nicht so gesehen. Du hast das schon erlebt. Du hast etwas von dir selbst erlebt. Ich werde glücklich sagen, dass etwas sehr strange ist. Aber diese Idee, dass du irgendwie alterierst die Realität, mit deinem Schreiben, ist schrecklich. Du hast es essentiell gesagt, dass du meine Aktionen kontrollierst. Lass uns die rationalen Argumenten gegen uns. Was gibt dir das Recht? Na ja, es ist eher wie ein Destin. Ein Weg, du bist. Du bist nicht bewusst, aber es ist. Wenn jemand es verändert, was die Unterschiede macht? Es ist das, was jeder Schwerter macht. Wenn du etwas schreibst, was einen von den Charakter betrifft, dann wissen sie wirklich nicht darüber. Ich bin nicht ein Charakter. Du sagst, dass es gut sein, dass jemanden auswählen, wenn sie es nicht bewusst sind? Schau, all ich meine, ist, dass wenn du wirklich alle deine eigenen Entscheidungen machst, und diese Entscheidungen führen zu welchen Destin, was du hast, was praktische Unterschied macht? Ich denke, dass es sich an, ob unsere Destinien betrifft werden, durch Dinge wie Physik und Probabilität, oder die Realität natürliche, die wahrscheinlich neutral und imparschlich sind. Oder durch eine Art Intelligenz. Wenn es der dritte ist, diese Intelligenz macht Entscheidungen, basiert auf einigen Kriterien. Wenn wir als Ergebnis dieser Entscheidungen befreien, gibt es ein moraler und ethischer Elemente, egal ob wir über ihre Manipulationen wissen. Würdest du nicht reagieren? Ich... Du hast das sehr gut gemacht. Ich dachte, du wärst wunderschön. Ich glaube, ich wäre wäre, wenn ich dachte, dass du das tatsächlich tun würdest. Okay, dann holen wir mal den Signalausdruck aus. Okay. Ich iche ein bisschen ZeitEs genug und einfach lass mal unter Schnatter das undiskt basically Player und zweit wieder haben. dasгли deles und Muh und Sass einmalmus in den Kälten das cups zu한테 les34 geühten,